Ja, hallo Leute, heute ist Samstag, also Nachmittag und ja, ich gehe wieder nach Rosenbach, ja, es ist Samstag, diesmal nicht am Abend, sondern Nachmittag und ich gehe wieder nach Rosenbach, also nicht zum Bahnhof diesmal wieder, also wieder einfach ganz normal, also nicht zum Bahnhof, sondern ganz normal wieder zu der Brücke und sowas und ja, am Abend kann ich halt nicht mehr, also am Abend fahre ich weg und deswegen kann ich dann nicht mehr, deswegen muss ich jetzt machen, also deswegen muss ich jetzt nach Rosenbach gehen, es ist mega heiß, ich hoffe, dass keine Schlange hier irgendwo ist und ja, haut rein, ciao.